Das ist die Kurzgeschichte der Modellmillionär von Oscar Wilde. Wenn man nicht reich ist, hat es keinen Sinn, ein netter Junge zu sein. Romantik ist das Vorrecht der Reichen, nicht der Beruf der Arbeitslosen. Der Arme muss praktisch und brosaisch sein. Es ist besser, ein sicheres Einkommen zu haben, als die Leute zu bezaubern. Das sind die großen Wahrheiten des modernen Lebens, die Hugo Oerskin niemals erkannte. Armer Hugo. In intellektueller Beziehung, das muss ich zugeben, war er freilich nicht von großer Bedeutung. Er hat nie in seinem Leben ein glänzendes oder auch nur ein bissiges Wort gesagt, aber er sah wunderhübsch aus mit seinem grausen braunen Haar, seinem feingeschnitten Profil und seinen braunen Augen. Er war ebenso beliebt bei Männern wie bei Frauen und er hatte jede Tugend, nur nicht die, Geld machen zu können. Sein Vater hatte ihm seinen Kavaleriesäbel und eine Geschichte des spanischen Erfolgskrieges in 15 Bänden hinterlassen. Hugo hing den ersten über seinen Spiegel und stellte die Letzteren auf ein Regal zwischen Ruff's Guide durch London und Baileys Magazine und lebte von 200 Pfund im Jahr, die eine alte Tante ihm aussetzte. Er hatte alles versucht. Er war sechs Monate auf die Börse gegangen, aber was soll ein Schmetterling zwischen gierigen Raubtieren anfangen? Etwas längere Zeit war er Teehändler gewesen, aber Pico und Suchong langweilten ihn bald. Dann hatte er versucht, herben Sherry zu verkaufen, und das ging nicht. Der Sherry war etwas zu herb. Endlich war er nichts weiter als ein entzückender, harmloser, junger Mann mit einem vollendeten Profil, aber ohne Beruf. Um das Übel vollzumachen, war er überdies verliebt. Das Mädchen, das er liebte, war Laura Merton, die Tochter eines pensionierten Obersten, der seine gute Laune und seine gute Verdauung in Indien verloren hatte und keines von beiden je wiederfand. Laura betete Hugo an, und er war bereit, ihre Schuhbänder zu küssen. Es gab kein hübscheres Paar in London, aber sie besaßen zusammen keinen Heller. Der Oberst hatte Hugo sehr gern, wollte aber nichts von einer Verlobung wissen. »Kommen Sie zu mir, mein Junge, wenn Sie einmal zehntausend Pfund besitzen. Dann werden wir weitersehen«, blickte er zu sagen, und an solchen Tagen blickte Hugo sehr sauer drein, und Laura musste ihn trösten. Eines Morgens, als er gerade auf dem Wege nach Holland Park war, wo die Mertens wohnten, kam ihm der Gedanke, einen guten Freund, Alan Trevor, zu besuchen. Trevor war ein Maler. Es gelingt heutzutage wirklich wenigen Leuten, dies nicht zu sein, aber er war auch ein Künstler, und Künstler sind doch schon etwas seltener. Äußerlich war er ein seltsam grober Bursche, mit einem sommersprossigen Gesicht und einem wilden roten Bart. Wenn er aber seinen Pinsel in die Hand nahm, war er ein wirklicher Meister, und seine Bilder waren sehr gesucht. Er war anfangs von Hugo lediglich seiner äußeren Vorzüge wegen entzückt gewesen. Die einzigen Leute, mit denen ein Maler verkehren sollte, blickte er zu sagen, sind Leute, die dumm und schön sind, Leute, die anzusehen ein künstlerischer Genuss ist, und bei denen der Geist ausruht, wenn man mit ihnen spricht. Männer, die Dandys und Frauen, die Darlings sind, regieren die Welt, oder sollten es wenigstens. Als er aber Hugo besser kennenlernte, gewann er ihn ebenso lieb, wegen seines frischen, heiteren Wesens und seiner sorglosen, noblen Natur, und so hatte er ihm erlaubt, ihn jederzeit in seinem Atelier zu besuchen. Als Hugo eintrat, war Trevor gerade dabei, die letzte Hand an ein wundervolles, lebensgroßes Bild eines Bettlers zu legen. Der Bettler selbst stand auf einer erhöhten Plattform in einer Ecke des Ateliers. Es war ein vertrocknetes, zerknittertes, altes Männchen, mit einem Gesicht wie Pergament und mit einem sehr kläglichen Ausdruck in den Zügen. Über seine Schulter war ein elender brauner Mantel geworfen, ganz zerfetzt und zerlumpt. Seine plumpen Schuhe waren geflickt, und mit einer Hand stützte er sich auf einen Derbenstock, mit der anderen hielt er einen zerschlissenen Hut nach Almosen hin. »Welch ein verblüffendes Modell!«, flüsterte Hugo, als er sein Freund die Hand schüttelte. »Ein verblüffendes Modell?«, schrie Trevor mit der ganzen Kraft seiner Stimme. »Das will ich wohl meinen. solchen Bettlern begegnet man nicht alle Tage. Ein Trouvé-Mancher, ein lebender Velazquez. Beim Himmel, was für eine Radierung hätte Rembrandt nach ihm gemacht?« »Armer alter Kerl,« sagte Hugo, »wie elend er aussieht, aber für euch Maler muss ja sein Gesicht ein wahres Vermögen bedeuten.« »Gewiss,« antwortete Trevor, »sie können ja schließlich nicht verlangen, dass ein Bettler glücklich aussieht.« »Wie viel bekommt ein Modell für eine Sitzung?«, fragte Hugo, nachdem er sich bequem auf den Divan niedergelassen hatte. »Einen Schilling für die Stunde.« »Und wie viel bekommen Sie für ein Bild, Alan?« »Naja, für das. Zweitausend.« »Pund?« »Ginnie, Maler, Poeten und Ärzte rechnen immer nur nach Genähen.« »Das Model sollte eigentlich eine Tantieme bekommen,« rief Hugo lachend. »Es hat eine ebenso schwere Arbeit wie Sie.« »Unsinn, Unsinn, sehen Sie nur, was mir das Farbenauftragen allein schon für Mühe macht. Und glauben Sie, es ist nichts, so den ganzen Tag vor der Staffelei zu stehen. Sie haben leicht reden, Hugo. Aber ich versichere Ihnen, dass es Augenblicke gibt, wo die Kunst fast die Würde des Handwerks erreicht. Aber jetzt stören Sie mich nicht. Ich habe noch sehr viel zu tun. Nehmen Sie eine Zigarette und verhalten Sie sich ruhig.« Nach einiger Zeit kam der Diener herein und sagte Trevor, dass der Rahmenmacher ihn zu sprechen wünschte. »Laufen Sie nicht davon,« Hugo, sagte er, als er hinausging. »Ich bin im Augenblick zurück.« Der alte Bettler benutzte die Abwesenheit Trevors, um sich ein wenig auf der hölzernen Bank, die hinter ihm stand, auszuholen. Er sah so verloren und elend aus, dass Hugo Mitleid mit ihm haben musste. Er suchte in seinen Taschen, um zu sehen, was er an Kleingeld bei sich habe. Er fand aber nur ein Souverain und einige Kupfermünzen. »Armer alter Kerl,« sagte er zu sich selbst, »der braucht das Geld nötiger als ich. Für mich bedeutet es allerdings 14 Tage lang kein Wagen.« Er ging durch das Atelier und schob den Souverain die Hand des Bettlers. Der alte Mann sah verwundert auf und ein schwaches Lächeln zuckte um seine vertrockneten Lippen. »Danke, Sir«, sagte er, »Danke.« Dann kam Trevor zurück. Hugo nahm Abschied und errötete dabei ein wenig über seine Tat. Er verbrachte den Tag mit Laura. Sie schallte ihn liebenswürdig wegen seiner Extravaganz und dann musste er zu Fuß heimgehen. Gegen elf Uhr abends ging er noch in den Palettclub und dort fand er Trevor, der einsam im Rauchzimmer saß und Rheinbein mit Seltas Wasser trank. »Nun, Alan, wie haben Sie Ihr Bild fertig bekommen?«, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. »Fix und fertig und eingerahmt, mein Junge,« antwortete Trevor. »Sie haben übrigens eine Eroberung gemacht. Das alte Modell, das Sie gesehen haben, ist ganz und gar in Sie verschossen. Ich musste ihm alles über Sie erzählen, wer Sie sind, wo Sie wohnen, wie hoch Ihr Einkommen ist, was für Aussichten Sie haben.« »Mein lieber Alan«, rief Hugo, »wenn ich jetzt nach Hause komme, wird er mich sicher schon erwarten. Sie machen hoffentlich nur einen Scherz.« »Der arme Jammerkreis. Ich wünschte, ich könnte etwas für ihn tun. Es muss schrecklich sein, wenn man gar so elend ist. Ich habe Stöße von alten Kleidern zu Hause. Glauben Sie, dass er etwas davon gebrauchen könnte?« Seine Fetzen fielen mir schon in Stücken vom Leib. »Aber er sieht prachtvoll darin aus«, sagte Trevor. »Nicht um alles in der Welt würde ich ihn im Frack malen. Was Sie Fetzen nennen, ich romantisch, was Ihnen jammervoll erscheint, ist für mich pittoresk. Übrigens werde ich ihm von Ihrem anerbieten Mitteilungen machen.« »Alan«, sagte Hugo ernsthaft, »Ihr Maler seid doch ein herzloses Pack.« »Eines Künstlers Herz ist sein Kopf«, antwortete Trevor, »und überdies besteht unser Beruf darin, die Welt zu verwirklichen, wie wir sie sehen und nicht sie zu verbessern, weil wir sie kennen. »Chacun sans métier?« »Nun sagen Sie mir, wie es Laura geht. Das alte Modell hat sich ungemein für Sie interessiert.« »Wollen Sie damit etwas sagen, dass Sie ihm von ihr erzählt haben?« fragte Hugo. »Gewiss habe ich das getan. Er weiß alles über den eigensinnigen Oberst, die liebliche Laura und die fehlenden 10.000 Pfund.« »Sie haben also einem alten Bettler alle meine Privatverhältnisse«, erzählt, rief Hugo, und wurde sehr rot und ärgerlich. »Tja, mein lieber Junge«, sagte Trevor und lächelte, »dieser alte Bettler, wie Sie ihn nennen, ist einer der reichsten Männer in Europa. Er könnte morgen ganz London zusammen kaufen, ohne sein Konto zu überziehen. Er hat ein Haus in jeder Hauptstadt, speist von goldenen Schüsseln und kann, wenn es ihm gerade einfällt, Russland verhindern, Krieg zu führen.« »Wie meinen Sie das?«, fragte Hugo erstaunt. »Wie ich es sage«, antwortete Trevor, »der alte Mann, dem Sie heute in meinem Atelier begegnet sind, ist Baron Hausberg. Er ist ein guter Freund von mir, kauft alle meine Bilder und hat mir vor einem Monat den Auftrag gegeben, ihn als Bettler zu malen. Que voulez-vous? La Fantasie d'un Millionaire.« Ich muss sagen, er sah wundervoll aus in seinen Lumpen, oder besser gesagt in meinen Lumpen. Ich habe die ganze Garnitur einmal alt in Spanien gekauft. »Baron Hausberg«, rief Hugo, »allmächtiger.« »Und ich habe ihm einen Souverän gegeben«, und er sank ein Bild des Jammers in den Nähnstuhl. »Sie haben ihm einen Souverän gegeben?«, brüllte Trevor und konnte sich vor Lachen nicht halten. »Mein lieber Junge, Sie werden Ihr Geld nie wiedersehen. Sans faire, c'est l'agent des autres.« »Sie hätten mir das aber auch vorher sagen können«, schmollte Hugo, »dann hätte ich mich nicht so zum Narren gemacht.« »Na hören Sie mal, Hugo«, sagte Trevor, »erstens konnte ich nicht annehmen, dass Sie so sorglos mit Almosen um sich werfen. Ich verstehe, dass man einem hübschen Modell einen Kuss gibt, aber einem hässlichen Modell ein Souverän? Nein, das geht über meinen Horizont. Überdies war ich tatsächlich an diesem Tage für niemanden zu sprechen. Als sie kamen, wusste ich nicht, ob Hausberg eine offizielle Vorstellung passen würde. Sie wissen ja, er war nicht gerade in Full Dress.« »Was für ein Trottel musste er mich halten«, sagte Hugo, »aber durchaus nicht. Er war, nachdem Sie uns verlassen hatten, in der denkbar besten Laune. Er lachte immer in sich hinein und rieb fort während seiner alten, verrunzelten Hände. Ich verstand nicht, warum er sich so für Sie interessierte, aber nun kapiere ich es. Er wird den Souverän für Sie anlegen, Hugo, Ihnen alle sechs Monate Ihre Zinsen zahlen und bei jedem Diener den Kapitalen Spaß erzählen.« »Ich bin ein unglücklicher Teufel«, brummte Hugo. »Das Beste ist, ich gehe zu Bett. Bitte allein erzählen Sie niemandem die Geschichte. Ich könnte mich sonst nicht auf der Straße sehen lassen.« »Unsinn. Die Sache wirft auf Ihren philanthropischen Geist. Das beste Licht, Hugo. Und jetzt laufen Sie nicht davon. Nehmen Sie noch eine Zigarette, und dann schwatzen wir über Laura, so viel Sie wollen.« Aber Hugo wollte nun einmal nicht bleiben, sondern ging nach Hause, und es war ihm sehr unbehaglich zumute. Alan Trevor aber blieb zurück und lachte sich halb tot. Als Hugo am nächsten Morgen beim Frühstück saß, brachte ihm das Mädchen eine Karte, auf der unter dem Namen Monsieur Gustave Nordin geschrieben war, »de la part de M. Le Baron Hausberg.« »Hm, er kommt offenbar um meine Entschuldigung entgegenzunehmen«, sagte Hugo zu sich selbst, und er ließ den Fremden hereinbitten. Ein alter Herr mit goldener Brille und grauem Herr trat ein und sagte mit leicht französischem Akzent, »hab ich die Ehre, mit Monsieur Erskine zu sprechen?« Hugo verbeugte sich. »Ich komme von Baron Hausberg«, fuhr er fort, »und der Baron, ich bitte Sie, mein Herr, ihm meine aufrichtigste Entschuldigung zu übermitteln«, stammelte Hugo. »Der Baron«, sagte der alte Herr mit einem Lächeln, »hat mich beauftragt, Ihnen diesen Brief zu bringen und erreicht ihm ein versiegeltes Kuvert.« Auf dem Briefumschlag stand geschrieben, »ein Hochzeitsgeschenk für Hugo Erskine und Laura Merton« von einem alten Bettler. Darin lag ein Scheck auf 10.000 Pfund. Als sie heirateten, war Alan Trevor Brautführer, und der Baron hielt beim Hochzeitsmahl eine Rede. »Es gibt wenig Millionärmodelle«, bemerkte Alan, »aber wahrhaftig, Modellmillionäre sind noch seltener.«